Jetzt kommt der Rekord. Ja. Super. Sechs Sekunden, sieben. Stell den jetzt so hoch, sonst ist der Kopf weg. Wie lange macht denn der? 20 Sekunden? Ja, fünf Minuten. Achso. Das muss ich auch mal probieren. Halt den Asch nicht so weit, dass ich. Na ja, der ist nicht so wichtig. Kann ich das jetzt auch ein wenig bewegen, dass der Hintern trotzdem da oben ist? Ja. Ja. Also weil mit einer Kamera, man kann mitgehen. Ja. Ja, dann passt schon. 1,20 haben wir jetzt. Ja. 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 Und jetzt kommt der Zauberer wieder aus der Kiste. So, wollen wir ihn nicht zudrucken. Das machen wir auslösen.